Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Opressnik Learning, eurem Bildungskanal. Und in den letzten Videos hatten wir uns ja im Rahmen des Crashkurses mit den statischen Investitionsrechenverfahren beschäftigt und nun wenden wir uns den dynamischen Rechenverfahren zu. Um das bestmöglich zu verstehen, müsst ihr erstmal die Hintergründe kennen und die kommen aus der Mathematik und hier geht es deswegen in dem Video zunächst einmal um Zins und Zinseszinsrechnung. Was sind überhaupt Zinsen und was sind Zinseszinsen und wie hängt das alles miteinander zusammen? Dazu schauen wir uns ein paar Beispiele an, um das am besten zu verstehen. Und zwar das erste Beispiel behandelt das Thema Zeitwert des Geldes. Was ist Zeitwert des Geldes? Geld hat neben dem auf dem 100 Euro Schein zum Beispiel aufgedrückten sogenannten nominalen Wert in Höhe von 100 Euro immer auch einen sogenannten Zeitwert. Und das nennen wir im Englischen Time Value of Money, Time Value of Money. Und das lässt sich so erklären, die 100 Euro, die ihr heute habt, sind mehr wert als 100 Euro, die ihr beispielsweise in fünf Jahren habt. Warum ist das so? Das ist ganz einfach die Inflation. Und wenn man sich das weiter ansieht und sagt 100 Euro, kann ich bei einem Zinssatz von 4% anlegen, dann einfach mal erfahrungsgemäß, dann sage ich, habe ich 104 Euro nach einem Jahr. Also 100 plus 4% macht 104 Euro. Das ist die Logik, warum die 100 Euro, die ich heute habe, mehr wert sind als die 100 Euro in einem Jahr, weil in dem einen Jahr kann ich annahmegemäß die 100 Euro ja zu 4% anlegen. Die sind also 104 Euro wert. Aber die 100 Euro, die ich nach einem Jahr habe oder bekomme beispielsweise, die sind nur 100 Euro wert. Also weniger wertvoll als die 100 Euro heute. Das liegt vor allen Dingen auch an der Inflationsrate und, wie wir gerade herausgearbeitet hatten, natürlich auch an der Tatsache, dass ich Geld immer investieren kann am Kapitalmarkt oder ich kann letztendlich Aktien oder Anleihen davon kaufen. Also 100 Euro sind aufgrund der Geldentwertung der Inflation weniger wert in einem Jahr als heute, weil ich einfach weniger dafür kaufen kann. Das kennen wir alle, wenn wir uns die Energiepreisentwicklung beispielsweise ansehen. Jetzt noch eine weitere Geschichte. Und zwar, wir hatten ja gerade gesagt, es gibt einen nominalen Wert und es gibt einen Time Value of Money. Und was damit eng korreliert und in Verbindung steht, ist der Nominalzins und der reale Zins. Der Nominalzins ist immer der Zinssatz, der auf das Kapital angewendet wird. Also in dem Beispiel waren das gerade annahmegemäß 4%. Es wurde davon ausgegangen, dass ich mein Kapital zu 4% anlegen kann. Der Realzins bezeichnet jetzt immer den Zins unter Berücksichtigung der Inflationsrate. Und das schauen wir uns an einem ganz, ganz einfachen Beispiel an. Und zwar gehen wir davon aus, dass wir hier einen Nominalzins von diesen 4% per annum haben und die Inflationsrate beträgt annahmegemäß 3%. Wie könnt ihr dann den realen Zins ausrechnen, also die effektive Verzinsung? Und das macht ihr, indem ihr den Nominalzins durch die Inflationsrate teilt und 1 subtrahiert. Wir schauen uns das am Beispiel an. Das ist relativ einfach. 1,04. Das ist, wie gesagt, der Zinssatz, den ich habe. Und die Inflationsrate 3%, minus 1. Und dann habe ich den Effektivzinssatz von 0,97%. Also, das zu 4% angelegte Kapital wächst zwar auf 104.000 Euro. Das sind eben 100.000 Euro plus 4%. Aber ich habe ja auch 3% Geldentwertung. Und das Delta sind, wenn man das ganz einfach ausrechnen würde, das ist natürlich falsch, weil die Basen dann nicht stimmen. Das wären ja dann 4% minus 3%. Würde man davon ausgehen, der Realsins beträgt 1%. Aber wir sehen, wenn wir das sauber machen, mathematisch gesehen, ist es annähernd 1%, aber eben nicht genau 1%. Also, was heute 100.000 Euro kostet, kostet natürlich bei einer Inflationsrate von 3% nach einem Jahr 103.000 Euro. Das heißt, das Geld verzinst sich real mit 0,97%. Gut, das soll es davon gewesen sein. Und dann habe ich noch etwas zur Zinsberechnung. Manchmal müsst ihr ja nicht einfach nur Zinsen berechnen in der Klausur oder im wahren Leben, wenn es um eine Jahresbetrachtung geht, also per annum. Sondern manchmal müsst ihr auch in der Klausur eine tagesgenaue Berechnung durchführen. Oder wenn ihr besondere Zinskonditionen irgendwo angeboten bekommt und einen Kredit meinetwegen auch nur für 90 Tage beispielsweise auf. Wie macht ihr das? Wie sieht das aus in der Praxis und natürlich auch in der Wissenschaft, der Wirtschaftswissenschaft? Der Zins berechnet sich, indem ihr das Kapital nehmt, mal den Zinssatz und dann multipliziert ihr das mit dem Quotienten aus Anzahl der Tage geteilt durch 365 Tage. Beispiel. Ein Anleger legt am 01.01. nächsten Jahres für 90 Tage 100.000 Euro an auf einem Festgeldkonto und wir arbeiten wieder mit 4%. Und dann würden wir ausrechnen die Zinsen 100.000 mal 4%. Und jetzt er legt es an für 90 Tage durch 365 und das bedeutet, wir haben 986,30 Euro bei tagesgenauer Berechnung Zinsen. Gut. Wenn wir eine Jahresbasierte Berechnung nehmen, ist das relativ einfach. Ich habe den Zins und der berechnet sich, indem ich das Kapital nehme, mal den Zinssatz, mal die Anzahl der Jahre. Also hier, wenn ich am 01.01.2024 für drei Jahre 100.000 Euro investiere, also anlege, auf einem Festgeldkonto und 4% Annahme gemäß per Annum bekomme, habe ich halt 100.000 mal 4% mal drei Jahre sind 12.000 Euro. Ganz wichtig hierbei ist, das berücksichtigt nicht Zins und Zinseszinsen, sondern es sind einfach nur die Zinsen. Also nicht die Zinsen auf die Zinsen. Das schauen wir uns jetzt an und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Realzinsberechnung hatten wir schon gesagt und jetzt kommt das mit der Zinseszinsberechnung. Zinseszinsen sind die Zinsen auf Zinsen, wie der Name schon impliziert. Also, wir haben wieder das einfache Beispiel. Ich lege am 01.01.2024 für drei Jahre Kapital an, auf ein Festgeldkonto, bis zum 31.12.2026. 100.000 wieder der Betrag und die Zinsen betragen annahmegemäß 4% pro Jahr. So, der Anleger erhält somit, ich kann das mal gleich ganz einblenden, im ersten Jahr 4.000 Euro Zinsen. Nämlich 4% auf 100.000 Euro Anfangskapital. Also zum 31.12. des ersten Jahres bekomme ich 4.000 Euro Zinsen. Und im zweiten Jahr, am 01.01.2025, habe ich ja nicht einfach nur 4.000 Euro, sondern 4.000 Euro plus die 100.000 Euro. Das ist der Anlagebetrag, nämlich 104.000 Euro. Das bedeutet, ich bekomme zum Ende des Jahres 4.160 Euro Zinsen. Jetzt sind diese 160 Euro im Vergleich zu den 4.000 Euro die Zinsen auf die Zinsen. Hier steht es so schön, 160 Euro sind Zinseszinsen. So kann man das ganz gut verstehen. Und zum 01.01. im dritten Jahr, habe ich dann wieder im Prinzip diesen Betrag zur Verfügung, den ich anlege. Und ich habe jetzt hier, den Zinsbetrag kommt dazu, also habe ich 108.160 Euro und darauf 4%. Das macht 4.326 Euro Zinsen. Der Anlagebetrag, also inklusive Zinseszins, nach drei Jahren beträgt 100.000 plus 4.000 plus 4.160 plus 4.326 und 40. Macht 112.486 und 40. Das ist ganz wichtig, dass das hier diese Zinseszinsberechnung ist. Und wie macht ihr das allgemein? Wie ist die allgemeine Formel? Ohne Zinseszins würde der Anleger einfach pro Jahr 4.000 Euro Zinsen erhalten. Das hatten wir ja im vorangegangenen Beispiel gesehen. Mal drei Jahre sind 12.000 Euro. Die Zinsen würden in diesem Fall ausgezahlt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Rückflüsse, die ich habe, wieder investiert werden zu 4%, dann habe ich natürlich einen höheren Betrag. Wie kann ich das aber ausrechnen? Das ist die Frage nach dem Endwert des Kapitals. Die Frage nach dem Endwert des Kapitals. Dazu nehme ich das Kapital, welches ich in W0 anlege, also in der Gegenwart. Und das multipliziere ich mit dem Zinsfaktor, mit dem sogenannten Wachstumsfaktor des Kapitals. Und der lautet 1 plus I hoch N, wobei N für die Jahre steht und I für den Zinssatz. Im Beispiel 100.000 W3, also ist der Endwert des Kapitals nach drei Jahren, ist 100.000 mal 1 plus Zins, 1 plus 4%, macht also 1 plus 0,04, macht 1,04 hoch 3, weil ich ja wissen will, unter der Berücksichtigung von Zins und Zinseszinsen, wie viel sind 100.000 Euro bei einem Zinssatz von 4% nach drei Jahren wert? Und das sind 112.486 und 40. Das ist eben der Betrag, den wir vorher dezidiert ausgewiesen haben. Gut, jetzt eine wichtige Geschichte nochmal in Bezug zur Finanzmathematik und zum Algorithmus, zum Logarithmus meinte ich natürlich. Nämlich mathematisch betrachtet ist die Zinseszinsformel immer eine Exponentialfunktion. Und jetzt kann ich mit Hilfe des Logarithmus, das ist die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion, das wisst ihr vielleicht noch aus der Schule oder wenn ihr zur Schule geht, habt ihr das vielleicht gerade und behandelt das. Und dadurch kann ich mit dem Logarithmus berechnen, wie viele Jahre ich brauche, um ein gewisses Kapital zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Wir nehmen mal ein Beispiel. Die allgemeine Form hier ist a hoch x gleich b und 3 hoch x gleich 9. Ich will also wissen, wie groß ist das x. Und das kann ich im Prinzip mit dem Logarithmus berechnen. Logarithmus von 9 zur Basis 3, sagen wir. Allgemein heißt das, Logarithmus von b zur Basis a ist das x, was ich suche. Da schauen wir uns damit, dass es ein bisschen klarer wird, noch mal grafisch an und auch an einem Beispiel. Die Logarithmusfunktion hat die allgemeine Form f von x gleich Logarithmus von x zur Basis b. Also sie beschreibt den Logarithmus von x zur Basis b. Das heißt, sie beantwortet immer die Frage, mit welcher Zahl muss ich b potenzieren, also hochnehmen als Exponenten, damit mein Ergebnis x lautet. Damit löst der Funktionswert y, der Logarithmusfunktion, die Gleichung b hoch y gleich x. Das ist vielleicht noch ein bisschen abstrakt. Und deswegen schauen wir uns das wieder an einem einfachen Beispiel an. und grafisch, damit wir das besser verstehen können. Mir hat man das nie so gut in der Schule erklärt, deswegen habe ich bis wahrscheinlich zur 10.11. Klasse überhaupt gar nicht verstanden, was eigentlich der Logarithmus konkret bedeutet. Da der Funktionsterm der Logarithmusfunktion die eben beschriebene Gleichung b hoch y gleich x löst, ist die Umkehrfunktion die Exponentialfunktion. Das könnt ihr hier sehen. Hier habe ich die Abscisse, hier die Ordinate und hier habe ich mal drei Funktionen abgetragen. y gleich x, das ist die Spiegelachse. Und dann habe ich hier Logarithmus von x zur Basis 3 und 3 hoch x abgetragen. Und jetzt könnt ihr sehen, dass, wie gesagt, diese Exponentialfunktion hier, die Logarithmusfunktion gespiegelt an dieser Spiegelachse, an dieser linearen Funktion darstellt. Also, f hoch minus 1 sagen wir von x ist gleich b hoch x gleich y. Und da das so ist, sind im Prinzip die Graphen, Spiegelbilder an der Geraden y gleich x. Also, merkt euch einfach, die Logarithmusfunktion ist immer die Umkehrfunktion von der Exponentialfunktion. Vielleicht immer noch ein bisschen abstrakt. Und was mache ich jetzt damit? Wie dient mir das in der Praxis? Oder was muss ich da in der Klausur eigentlich mitmachen, zumindest wenn es um die Wirtschaftswissenschaften geht? Und da gilt folgende Formel. Der Logarithmus von b zur Basis a ist der 10er Logarithmus, also der Logarithmus von b zur Basis 10, geteilt durch den Logarithmus von a zur Basis 10. Ich möchte jetzt eine einfache Aufgabe lösen, nämlich Logarithmus von 9 zur Basis 3. Und das setze ich einfach in die Formel ein. Das ist also der 10er Logarithmus von 9 geteilt durch 10er Logarithmus von 3. Und wenn ich das ausrechne, bekomme ich 2 raus. Ich mache die Probe. 3 hoch 2 gleich 9. Das hat mir gesagt, dass die Logarithmus-Formel mir hilft, auszurechnen, mit welcher Zahl ich hier die 3 potenzieren muss, um 9 herauszubekommen. Das stelle ich ja im Prinzip hier dieser Term dar. Also als Logarithmus einer Zahl bezeichnet man immer den Exponenten, hier im Beispiel die 2, mit dem eine Basis, im Beispiel die 3, potenziert werden muss, um den sogenannten Numerus zu erhalten. Nicht die Numerus Clausus. Hier im Beispiel die 9. Nehmen wir mal an, ich will wissen, wann sich mein Kapital verdoppelt, das ich irgendwo anlegen möchte, bei einem gewissen Zinssatz. Dann sage ich, hier ist der Zinssatz 1,04 hoch N. Und das N suche ich. Ich will ja wissen, nach wie vielen Jahren verdoppelt oder verdreifacht oder verdreifacht sich mein Kapital. Hier in dem Fall suche ich einfach nur die Anzahl der Jahre, die mein Kapital verdoppelt. 1,04 hoch N ist gleich 2. Also gilt N gleich Logarithmus. Und jetzt von 2 und dann immer zur Basis des Zinssatzes. Also 1,04. Und jetzt gilt hier wieder die Formel, die wir gerade genannt hatten. Also ist das N gleich 10er Logarithmus von 2 geteilt durch 10er Logarithmus des Zinssatzes. Macht 17,673. Die Aussage ist also, ich brauche bei einem Zinssatz von 4% 17,673 Jahre, damit sich mein Kapital verdoppelt. Und dann mache ich eine Probe zu. Ich nehme einfach den Zinssatz 1,04 und potenziere den eben mit 17,673. Und da bekomme ich 2 heraus. Und das zeigt wiederum, Quad-Era-Demonstrandum, dass im Prinzip hier die Logarithmus-Funktion gespiegelt an der Geraden die Exponential-Funktion ergibt. Also bei einem Zinssatz von 4% verdoppelt sich das Kapital durch den Zinseszinseffekt in 18 Jahren. Es sind weniger als 18 Jahre, aber aufgerundet 18 Jahre. Nach der doppelten Zeit, 35,346 Jahre, hat sich das Kapital vervierfacht. Wir machen nochmal die Probe mit den Zahlen. Ein Anleger legt also 10.000 Euro zu 4% 18 Jahre an. Und dann habe ich diese Formel mit dem Wachstumsfaktor des Kapitals, also 10.000 Euro mal 1 plus i sind 1,04 hoch die Jahre, also hoch 18. Und wir sehen, ich habe ein bisschen mehr als 20.000 heraus. 20.258 und 16. Das zeigt im Prinzip, dass mein Kapital sich, wie gesagt, verdoppelt hat. Und das habe ich richtig ausgerechnet. Gut. Das soll es davon erstmal gewesen sein. Jetzt habe ich hier noch ein paar Folien. Wir hatten ja gesprochen über statische und dynamische Investitionsrechenverfahren. und die haben wir alle behandelt. Einmal die Kostenvergleichsrechnung, Gewinnvergleichsrechnung, Rentabilitätsrechnung, Amortisationsrechnung. Und was machen jetzt die dynamischen Methoden? Und deswegen war das so wichtig, dass wir kurz darüber besprochen haben oder dass ich das versucht habe, nochmal deutlich zu machen, auch mit der Logarithmusfunktion. Was sind Zinsen und was ist der Zeitwert des Geldes? Was ist Nominalzins, Realzins? Und wie hängt das miteinander zusammen? Das muss ich verstehen, bevor ich überhaupt mich mit den dynamischen Investitionsrechenverfahren beschäftigen kann. Was machen diese dynamischen Verfahren? Sie berücksichtigen immer, wann die Zahlung anfängt. Das ist eben das Entscheidende. Es spielt eben eine Rolle bei der dynamischen Investitionsrechnung, wie der Zeitwert des Geldes ist, also wie Zins und Zinseszins sich auf mein Investment auswirken. Und da ich immer, wie wir gesehen haben, Zahlungen habe, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen. Ich zahle jetzt, jetzt investiere ich etwas in eine neue Fabrik, in einen Fuhrpark, in eine Druckmaschine beispielsweise. Und dann erhoffe ich mir natürlich einen entsprechenden Return, einen Rückfluss. Und der ist im nächsten Jahr anders als im übernächsten Jahr. Und die Zinsen verändern sich. Und ich möchte jetzt wissen, unter der Berücksichtigung von Zins und Zinseszins, wie viel ist mein Geld heute wert? Also wie ist im Prinzip dieses Investment zu beurteilen? Über all die Jahre zum Investitionszeitpunkt, also zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und um das zu tun, sind sich alle Zahlungen auf oder ab auf den Betrachtungszeitraum, also auf die Gegenwart im Prinzip, um die Vorteilhaftigkeit einer Investition in einem einzigen Wert zu sehen. Hier steht es nochmal, was wir schon besprochen hatten. Hintergrund ist die Erkenntnis, das Faktum, dass es eben nicht egal ist, wann ich eine Zahlung erhalte. Also wenn ich von jemandem 1.000 Euro jetzt bekomme, ist es natürlich wertvoller, als wenn mir jemand sagt, ja, ich zahle dir 1.000 Euro, nehmen wir mal an, wir haben jemandem 1.000 Euro geliehen, ich zahle dir das in einem Jahr zurück. Oder du kannst das jetzt haben, weil jetzt kann ich natürlich damit loslaufen und das investieren. Ich kann auch mit 1.000 Euro, die ich jetzt habe, mehr Waren kaufen als in einem Jahr, weil durch die Inflation vieles immer teurer wird. Das kennen wir ja erfahrungsgemäß. Einfach nur, wenn wir durch den Supermarkt laufen oder auf den Stromzähler schauen oder auf die Abrechnung von Gas oder Fernwärme oder was auch immer schauen. Man kann also die 1.000 Euro Zinsen natürlich auch, oder 1.000 Euro anlegen und erhält daraufhin Zinsen. Wir haben gerade schon gesagt, was Aufzinsung ist. Und da hatte ich ja gesagt, der Wachstumsfaktor des Kapitals ist 1 plus I hoch T. Wenn wir jetzt ein ganz einfaches Beispiel nehmen, wir investieren 100 Euro zu 10% für zwei Jahre. Und ich möchte wissen, wie viel ist das Kapital nach zwei Jahren wert bei einem Zinssatz von 10%. Da kann ich natürlich rechnen, 100 Euro plus 10% plus 10% oder ich rechne 100 Euro mal, und hier ist es wieder, das ist der Wachstumsfaktor 1 plus I hoch T. Also 1 plus 10% hoch 2, weil ich sehr wissen will, wie viel das nach zwei Jahren wert ist. Und hier kann man das grafisch schon mal wunderbar erkennen. 100 Euro lege ich in der Gegenwart an, in T0. Ich bekomme 10% Zinsen und am Ende des Jahres habe ich 110 Euro. Und dann bekomme ich nochmal 10% Zinsen. Und auf diese 100 Euro werden 110 Euro, nämlich 100 plus 10%. Und aus den 10 Euro werden 11 Euro. Ist noch ein Fehler drin. Also 10% von 10. Ah, hier oben steht es. Das ist der Zinseszins. Ist doch kein Fehler drin. Hier oben habe ich es nochmal klein reingemalt. Das ist der Zinseszins. Sie müssen natürlich, in Summe müssen es 11 sein. Das ist richtig. Also 10 plus 1 und die 1, 1 Euro ist der Zinseszins. Nämlich 10% von 10 macht 1. So. Oder ich rechne das so aus. Der Endwert ist gleich Kapital mal 1 plus I hoch T. Abzinsung von Zahlung ist genau andersrum. Wenn ich jetzt wissen will, wie viel sind zum Beispiel 100 Euro, die ich in zwei Jahren bekomme als Rückfluss. Wie viel ist das heute wert? Und wir wissen ja, es müsste weniger sein als 100 Euro. Weil, ihr habt ja gesagt, Inflation wirkt und 100 Euro kann ich ja anlegen und so weiter und so fort. Das heißt, 100 Euro muss ich jetzt zurückrechnen. Jetzt kann ich aber nicht einfach zurückrechnen, indem ich sage, wenn ihr beispielsweise, nehmen wir mal an, ihr investiert 100 Euro und legt die zu 10% an. Dann habt ihr 110 nach einem Jahr. Wenn ihr wissen will, wie viel sind 110 Euro bei 10% heute wert? Dann soll man meinen, ja, okay, ich ziehe 10% ab, aber das passt ja nicht, weil 10% von 110 macht 11 minus, also 11 zieht ihr ab von 110, macht 99. Also nicht 100, aber ich will ja 100 rausbekommen. Wie lautet also die Formel für den sogenannten Gegenwartswert der Zahlung? Und das ist ein ganz wichtiger Wert hier oder ein ganz wichtiger Ausdruck. Wir nennen das Gegenwartswert, Barwert oder Present Value. Und wir rechnen das aus, indem wir, wenn wir das am Beispiel von 110 Euro nehmen, indem wir den Betrag nehmen und teilen. Wir hatten ja gesagt, wir legen 100 Euro ein Jahr an und ich will jetzt wieder auf 100 kommen zu 10%. Und das kann ich, indem ich 110 nehme und teile durch 1 plus i hoch t. Machen wir das? 1 plus i, 1 plus 10% macht 1,1 hoch 1. 110 durch 1,1 sind 100. Und da haben wir schon die Formel. Hier muss ich jetzt im Prinzip nicht aufzinsen, sondern abzinsen. Steht ja hier auch. Und das ist eben die Frage nach dem Barwert. Und um das zu errechnen, nehmt ihr immer diesen Wert, diesen Rückfluss, den ihr habt in dem jeweiligen Jahr und teilt den durch 1 plus i hoch t. Wir sehen also, 100 Euro geteilt durch 1 plus i hoch t, also durch 2, macht 82,60 Euro. Man kann es auch wieder andersrum rechnen, zur Probe, wenn ich jetzt 82,60 Euro nehme, plus 10%, plus 10%, habe ich 100. Oder wie wir gelernt hatten, 82,60 Euro mal 1,1 hoch 2 macht wieder 100. Da schauen wir uns noch ein paar Beispielen an. Zunächst mal die Aufzinsung. Die Frage lautet also, wie viel sind 1000 Euro, die ich heute anlege, in 5 Jahren wert, wenn ich eine Verzinsung von beispielsweise 5% habe. Und diesen Wert, das haben wir schon gelernt, bezeichnen wir als Endwert, beziehungsweise Vermögensendwert. Weil ich eben wissen will, wie viel ist mein Anlagevertrag nach einer gewissen Laufzeit bei einem gewissen Zinssatz wert. Und man errechnet diesen Wert im Rahmen der Zinseszinsrechnung mit dem sogenannten Wachstumsfaktor des Kapitals oder finanzmathematisch mit dem Aufzinsungsfaktor. Das sind synonyme Begriffe. Hier haben wir ihn. Den Wachstumsfaktor des Kapitals. Also, Wn ist das Kapital, das Kapitalendwert, nach N Jahren, gleich W0, das Kapital, was ich zum Investitionszeitpunkt investiere, mal 1 plus i hoch N, also 1 plus Zins hoch das Jahr. Das ist jetzt praktisch nur Wiederholung. Ein Investor investiert zum 01.01.2024 wieder die 100.000 Euro für 5 Jahre zu 5%. Welchen Endwert kann er, Vermögensendwert kann er erwarten? Also, 100.000 mal 1 plus i hoch t, 1 plus 5%, macht 1,05 hoch 5 mal 100.000, also 127.628 Euro. Eigentlich ganz einfach, wenn man sich das so ansieht. Und jetzt wollen wir uns noch mit der Abzinsung beschäftigen. Hier. Wir sprechen auch im Rahmen der Abzinsung von Diskontierung. Und ihr habt sicherlich auch schon mal von dem Diskontzinssatz gehört. Fragestellung ist hier umgekehrt. Nämlich, wie viel sind 1.000 Euro, die ich in 5 Jahren bekomme? Heute-Wert. Und diesen Wert nennen wir, wir haben das schon gelernt, Barwert oder Gegenwartswert, Gegenstandswert oder auf Englisch Present Value. Und jetzt habe ich noch einen Wert, der ist ganz, ganz wichtig für die Kapitalwertmethode. Der Barwert unterscheidet sich vom sogenannten Netto-Barwert, dem NPV, sagen wir auf Englisch Net Present Value. Dadurch, dass bei diesem Netto-Barwert noch die Anschaffungsauszahlung abgezogen wird. Also wenn ich jetzt kein Kapital, kein Kapital irgendwie anlege, sondern einfach investiere, dann ist dieses Investment ja gebunden in einer Fabrik oder in einem Fuhrpark. Und das muss ich natürlich noch nachher abziehen von dem Barwert, um den Netto-Barwert zu erhalten. Gut, schauen wir uns wieder an einem einfachen Beispiel an. Erstmal allgemein, das ist jetzt nur Wiederholung. Hier W0, der Wert, der Gegenwartswert des Kapitals, ist gleich Wn, also das Kapital, was ich zu einem bestimmten Zeitpunkt bekomme. Und das teile ich durch 1 plus i hoch n. Also die n mal 1 durch 1 plus i hoch n. Und das nennen wir Abzinsungsfaktor. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Einem Anleger wird der Kauf einer Immobilie zum 31.12.2024 zum Preis von 100.000 Euro angeboten. Der Makler garantiert uns den Verkauf nach zwei Jahren zum 31.12.2026 zum Preis von 110.000 Euro. Und der Zins beträgt 5%. Die Frage ist, ist das renditeträchtig? Soll ich das Geschäft tätigen? Das können wir jetzt einfach ausrechnen. Nämlich indem wir den Barwert ausrechnen. Also, nach zwei Jahren 110.000, die nehme ich und teile sie durch 1 plus i hoch t. Und ich sehe, bei einem Zinssatz von 5% sind diese 110.000 Euro 99.773 Euro und 24 Euro wert. Das ist ja weniger als die 100.000 Euro. Also, die Investition lohnt sich daher nicht. Wenn ich nämlich die 100.000 Euro investiere und zu 5% anlege, habe ich mehr. Hier habe ich aber einen Rückfluss in Höhe von 110.000 Euro. Und das hat also nur einen Zeitwert, einen Gegenwartswert, einen Barwert von den 99.773 Euro und 24 Cent. Würde ich jetzt die 100.000 Euro zu 5% anlegen, habe ich 100.000 mal 1 plus i hoch t, das ist jetzt wieder der Wachstumsfaktor des Kapitals, gleich 110.250. Habe ich also mehr, nämlich 250 Euro mehr. Wir machen die Probe durchs Aufzinsen. Am 01.01.2025 habe ich jetzt diese 99.773,24 plus 5% macht 104.761,90 Euro nach einem Jahr. Und nochmal die 5% macht 110.000 Euro oder andersrum formuliert 110.000 Euro nach zwei Jahren sind heute, ja, also zum Investitionszeitpunkt 99.773,24 Euro wert. Jetzt will ich wissen, wie ist der Barwert einer Zahlungsreihe, wenn ich jetzt mehrere Rückflüsse habe, was ja realistisch ist in der Praxis. Also, ein Investor investiert am 01.01.2024 100.000 Euro in ein Projekt. Dafür bekomme ich drei Jahre lang jeweils am 31.12. eine Zahlung in Höhe von 40.000 Euro. Und dieser Betrag wird Einzahlungsüberschuss genannt. Das ist der Einzahlungsüberschuss, der Gewinn, den ich habe, jedes Jahr in Folge der Investition. Der berechnet sich, indem ich die jährlichen Einzahlungen abzüglich der jährlichen Auszahlung nehme. Und der Zinssatz beträgt wieder annahmegemäß 5%. Dann kann ich das hier in so einem Zahlungsstrahl zeigen. Ich habe jetzt hier 2024, 2025, 2026 immer die 40.000 und ich rechne dann die Barwerte aus. Das muss ich immer einzeln machen. 40.000 geteilt durch 1,05 hoch 1 macht 38.096. Das muss ich auch für das Jahr 2025 machen. Und jetzt kann ich etwas Wunderbares sehen. Nämlich, wenn ich hier 40.000 nehme durch 1,05 hoch 2, sehe ich, das sind nur 36.280. Ich sehe also hier schon wieder daran und für 2026 40.000 durch 1,05 hoch 3 macht 34.552. Ich sehe, der Barwert wird immer kleiner. Warum? Es wird eben abgebildet hier, dass diese 40.000 Euro im Jahr 2024 mehr wert sind als die 40.000 Euro in 2025. Und genau das machen ja die dynamischen Methoden. Die Summe der Barwerte ist 108.928. Und der Nettobarwert, auch Kapitalwert genannt, beträgt hier minus 100.000. Wir hatten ja gesagt, wie komme ich vom Barwert oder von der Summe der Barwerte zum Kapitalwert oder Nettobarwert, Net Present Value, indem ich die Anschaffungsauszahlung, das Investment abziehe. Also 100.000 minus plus die 108.928, dann habe ich 8.928 Euro. Das ist eine sehr gute Vorbereitung schon mal, um diese ganzen Verfahren der dynamischen Investitionsrechnung verstehen zu können. Nämlich Kapitalwertmethode und Annuitätmethode und interne Zinsflussmethode. Die Investition lohnt sich. Das ist die Interpretation. Das ist die Schlussfolgerung. Investiert der Anleger 100.000, erhält er als Gegenwartswert eine Zahlungsreihe mit einem Barwert in Höhe von 108.928. Das ist der Barwert, nicht der Nettobarwert, nicht der Kapitalwert. Der Kapitalwert jetzt, Net Present Value oder abgekürzt NPV, ist mit 8.900,28 Euro größer als Null. Und das ist immer das Entscheidungskriterium. Wenn ich nachher die Investitionsrechnungsmethode vorstelle, der Kapitalwertmethode, dann ist das Kriterium, wähle die Investition, wenn der Kapitalwert größer oder gleich Null ist. Das zeigt immer die Vorteilhaftigkeit einer Investition an. Das ist das Entscheidungskriterium. Und das ist ja hier, wie gesagt, positiv. Jetzt haben wir gerade gesehen, als ich diese 40.000 Euro bekommen habe, dass ich hier gleiche Rückflüsse hatte. Und man spricht hier von einer sogenannten Uniformzahlungsreihe. Eine uniforme Zahlungsreihe. Also wenn sich die Rückflüsse nicht ändern. Die Barwertrechnung funktioniert auch mit unterschiedlichen Beträgen. Natürlich, weil ich ja immer den Wert nehme, durch 1 plus i hoch t teile. Wenn ich hier aber gleiche Rückflüsse habe, wie in dem Beispiel voran, mit den 40.000, es ist ja immer 40.000, 40.000, 40.000. Dann kann ich finanzmathematisch auch den sogenannten Abzinsums-Summenfaktor nutzen. Wir nennen das auch Rentenbarwertfaktor. Liegt also eine Zahlungsreihe mit gleichen Beträgen vor, spricht man von Renten oder Anomitiken. Und hier gibt es auch diesen Begriff der Rentenmathematik. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und jetzt kann ich in dem Fall den Barwert mittels des sogenannten Rentenbarwertfaktors, das hatte ich gerade genannt, errechnen. Aber das gilt nur, wenn ich gleiche Rückflüsse habe. Und hier habe ich das. Ich könnte jetzt also auch den Rückfluss nehmen. Das ist diese Anomität. Und das ist die Kapitalwertformel. Kapitalwert. W0 hatten wir vorher im Beispiel geschrieben. Manchmal liest man auch Kapitalwert 0, also KW 0. Oder Englisch C0. A mal. Und dieser Ausdruck hier, das kennt ihr vielleicht aus der Mathematik. Das nennen wir Abzinsumsummenfaktor. Ich nannte das schon. Oder Rentenbarwertfaktor. Der Begriff ist eigentlich relativ klar. Weil er zeigt mir, wie viel Barwert ist ja der Wert einer zukünftigen Zahlung heute. Der Present Value, der Gegenwartswert. Und ich will ja wissen, wie viel ist ein Investment, welches die und die Rückflüsse hat. Und die sind jetzt in dem Fall immer gleich. Wie viel ist es heute wert? Also frage ich nach dem Barwert der Rente. Und die Rente ist immer gleichbleibend. Und das errechne ich, indem ich hier nehme 1 plus i hoch n. Ich gucke das ja. Minus 1 durch i mal 1 plus i in Klammern hoch n. Das ist der Term für den Rentenbarwertfaktor. Das schauen wir uns jetzt wieder an. Ein Anleger investiert am 01.01.2024 100.000 Euro. Und dafür erhält er drei Jahre lang, jeweils am 31.12. eine sogenannte nachschüssige Rente. Das heißt Auszahlung zum Jahresende. Und er erhält 40.000 Euro. Das hatten wir ja gerade schon gesehen. 40.000 Euro. Drei Jahre lang. Der Zins beträgt 5%. Ich möchte jetzt wissen, lohnt sich das Investment? Und wir hatten das ja schon ausgerechnet, indem wir jeden einzelnen Betrag diskontiert haben. Also abgezinst haben. Jetzt nehmen wir hier mal die Rentenbarwertformel, weil es sich ja um gleichbleibende Zahlungen handelt. Deswegen darf ich das tun. Also Kapitalwert ist gleich. Und jetzt ist die Formel A mal dem Absensussummenfaktor oder Rentenbarwertfaktor. So nennen wir diesen Term. Also 40.000 mal und jetzt setze ich einfach nur ein 1 plus 0,05 hoch 3, weil ich ja drei Jahre habe. Minus 1 geteilt durch 0,05 ist der Zins hier i mal 1 plus 0,05 und wieder hoch 3. Macht 108.928. Also ich komme auf natürlich die gleiche Zahl für den Kapitalwert. Das Ergebnis entspricht dem bei der normalen Berechnung des Wahlwerts erhaltenen Ergebnis. Wobei ich jetzt hier, um den Kapitalwert zu haben, der nochmal die Anschaffungsauszahlung abziehen müsste. Liegt der Investor also heute 108.928 Euro zu 5% an, kann er jeweils 40.000 Euro am Jahresende entnehmen. Für Ausgeben, für schöne Dinge. Und zwar drei Jahre lang. Das schauen wir uns auch an. Wenn wir das Beispiel mal nehmen mit einer vorschüssigen Rente. Wir hatten ja gerade eine nachschüssige Rente gemacht. Jetzt schauen wir uns mal eine vorschüssige Rente an. Wird die Rente also vorschüssig gezahlt. Das heißt, am Jahresanfang, zum 1.1., so gilt, das Kapital ist A mal, das ist also die Annuität, die gleiche Zahlung. Und jetzt habe ich hier den Term 1 plus i hoch n minus 1 geteilt durch i mal 1 plus i hoch n minus 1. Das ist die Formel, wenn ich eine vorschüssige Rente bekomme. Also immer zum 1.1. eine Auszahlung habe. Erhält der Anleger also drei Jahre lang jeweils bereits am 1.1. eine Auszahlung in Höhe von 40.000 Euro, errechnet sich der Barwert bei einem Zins von 5% wie folgt. Also Annuität mal, und jetzt kommt die Formel, und die setze ich einfach ein. Ich habe jetzt also hier 114.000 Euro, 376 Euro. Das ist das, wenn ihr das in der Klausur mal berechnen müsst mit einer sogenannten vorschüssigen Zahlung. Dann gibt es noch den Fall, den ihr manchmal in den Klausuren habt oder in der Schule auch, einen Fall der ewigen Rente. Als ewige Rente bezeichnet man immer Renten, welche das ursprünglich eingesetzte Kapital nicht verbrauchen und die deshalb keine zeitliche Begrenzung haben. Und die Formel dafür ist W0 gleich A durch I. Und A ist der Rückfluss, die Annuität, die Rente. Und I ist der Zins. Praxisbeispiele sind hier zum Beispiel im Rahmen der Unternehmensbewertung. Unternehmensbewertung habe ich sowas, da Firmen keine, in der Regel keine begrenzte Laufzeit oder Lebenszeit irgendwo haben. Natürlich gegen Firmen auch insolvent, aber man geht hier bei der Unternehmensbewertung davon aus, dass sie das nicht tun hier in dem Beispiel, um das zu rechnen. Oder Grundstücke zum Beispiel, die verpachtet werden. Beispiel. Eine Lotterie verlost eine ewige Rente in Höhe von 100.000 Euro. Per Annunbedarf. Zahlung jeweils zum 31.12. Also nicht vorschüssig, sondern natschüssig. Nicht nur für den Gewinner, sondern auch für dessen Erben. Alternativ kann der Gewinner auch 2 Millionen Euro in bar sofort erhalten, die er natürlich anlegen kann und wir geben für einen Zinssatz von 5% aus. Was soll er also machen? Was ist besser? Ist es besser, eine ewige Rente in Höhe von 100.000 Euro zu haben? Ja, wohlgemerkt pro Jahr. Auch wenn er tot ist, bekommen das seine Erben. Oder 2 Millionen Euro, die er natürlich jetzt zu 5% anlegen kann? Ja, bar auf die Hand. Was ist besser? Das kann man relativ einfach ausrechnen. Das heißt, wir sehen hier den Rückfluss. Diese 100.000 Euro geteilt durch 0,05 macht genau 2 Millionen. Also die Alternativen sind gleichwertig. Würde der Gewinner die 2 Millionen Euro zu 5% anlegen, erhält er jährlich 100.000 Euro, ohne dass das Kapital jemals verbraucht wird. Damit kann man so schöne Rechnungen anstellen, wie viel Geld braucht ihr eigentlich, um nie wieder in eurem Leben zu arbeiten, bei einem gewissen Zinssatz. Das ist immer die Aufgabe der ewigen Rentenberechnung. Wenn wir jetzt mal eine Wachstumsrate annehmen, Berechnung einer ewigen Rente mit Wachstum, dann ist die Formel leicht anders. Das kennt ihr auch aus der Mathematik. Also als ewige Rente mit Wachstum bezeichnet man Zahlungen, die mit einer konstanten Rate wachsen. Weil etwas mehr Geld wert ist im Laufe der Zeit. Und das berechnen wir, indem wir A, den Rückfluss nehmen, durch I minus W. Also W ist hier die Wachstumsrate. I mal W. Schauen wir uns das an. Ein Unternehmen erzielt im Jahre 2023 einen Gewinn von 100.000 Euro. Die Firma wächst konstant mit 2% pro Jahr. Und der Zins beträgt wieder annahmegemäß 5%. Also A durch I minus W macht 100.000 geteilt durch 0,05 minus 0,02. Ich trahiere einfach nur die Zinsen voneinander hier, die Wachstum und den Kalkulationszins und komme auf 3.333.333 Euro. Ja, das sind im Prinzip die Beispiele gewesen. Wir haben jetzt hier noch ein weiteres. Und dann haben wir, glaube ich, die Grundlagen abgeschlossen. Ein Autohändler bietet einem Kunden einen Neuwagen an und der Kaufpreis von 22.000 Euro muss erst in drei Jahren bezahlt werden. Ich habe aber das Geld für das Auto schon mitgebracht und angespart und ich frage nach dem Barpreis. Und der Händler sagt, entweder zahlst du 22.000 Euro in drei Jahren oder heute 19.500 Euro. Was ist denn eigentlich besser für mich? Nehmen wir mal an, ich habe 19.500 Euro oder ich habe auch 22.000 Euro, das ist völlig egal. Aber ich will wissen, was ist für mich vorteilhafter bei einem Zinssatz von 5%. Ist es besser, 22.000 Euro in drei Jahren zu zahlen oder jetzt 19.500? So was könnt ihr eben auch, durchaus praktische Fragestellungen, könnt ihr mit der Zins- und Zinseszinsrechnung, mit der Finanzmathematik ausrechnen. Ganz einfach, nämlich indem ihr die 22.000 Euro nehmt und durch 1 plus i hoch t zahlt. Also 1 plus 0,05 hoch 3 macht 19.004 Euro um 43 Cent. Und da der abgezinste Barwert jetzt geringer ist als der Barpreis, ist es immer besser, sich für den Kauf auf Kredit zu entscheiden. Also wenn ich 19.500 Euro anlegen würde, zu 5% habe ich letztendlich weniger als die 22.000. Also die 22.000 Euro, andersrum formuliert, sind Mehrwert heute. Gut. Was ist jetzt dieser Kalkulationszins? Wo kommt er überhaupt her? Das ist noch so ein wichtiger Hintergrund eigentlich und das frage ich immer gerne auch in der Klausur. Entscheidend ist nicht beim Kapital, bei meinen Anlagemöglichkeiten, welchen Zins ich bei der Bank bekomme, sondern immer die sogenannte Opportunitätsüberlegung. Was kann ein Unternehmen ansonsten mit dem Geld machen? Also ich kann natürlich das Geld auf einem Festgeldkonto anlegen, da bekomme ich einen bestimmten Zinssatz. Oder aber ich kann Aktien kaufen, ich kann mich an anderen Unternehmen beteiligen und so weiter und so fort. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Ich kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen. All das ist möglich. All das sind ja Investitionen. Und ich will wissen, wie rentiert sich das? Ich rechne nie mit dem Kalkulationszins, den ich im Kapitalmarkt irgendwo eigentlich bekomme, sondern ich brauche ja immer, auch wenn ich investiere in ein Projekt, eine gewisse Risikoprämie, einen sogenannten Risikoaufschlag. Das hatten wir ja schon mal gesagt. Also ich kann natürlich, wenn ich mit Krediten rechne oder finanziere, kann ich natürlich den Kreditzins als Kalkulationszins nehmen. Ich kann natürlich auch die Rendite der nächstbesten, nicht berücksichtigten Sachinvestitionen heranziehen oder mich an der Branche, am Wettbewerb zum Beispiel orientieren. Was ist eine übliche Verzinsung? Zumeist nehmen wir nicht eine branchenübliche Verzinsung, sondern jedes Unternehmen hat sogenannte Hurdle Rates. Also hat immer einen Kalkulationszins, der muss sich drüber kommen. Also den muss ich mindestens erreichen. Und so hatten wir das bei der Mineralindustrie zum Beispiel. Ich habe ja bei Dea und bei Shell, aber da hatten wir das auch. Wir haben einen festgegebenen Diskontierungszinssatz gehabt, einen Kalkulationszins. Und der war höher als der Zins, den es für Kapitalanlagen bei der Bank beispielsweise gab oder den ich am Aktienmarkt irgendwo machen konnte. Weil es ja immer ein Risiko ist, wenn ich in ein Projekt investiere, beispielsweise in eine neue Raffinerie oder eine Tankstelle oder in Schulungsmaßnahmen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dann weiß ich ja nie, wie rechnet sich das im Endeffekt gegenüber einer risikolosen Anlage. Ja, das war jetzt ein längeres Video, doch länger, als ich mir das vorgenommen hatte. Aber es war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ob ihr nun zur Schule geht oder IHK-Prüfung irgendwo macht oder euch darauf vorbereitet, dass ihr diese Hintergründe einmal gut und anschaulich an Beispielen erklärt bekommt, und zur Finanzmathematik und zur Zins- und Zinseszinsrechnung, um wirklich bestmöglich zu verstehen, was nachher auch die Kapitalwertmethode machte. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Und auch, was die Annuitätenmethode macht und die interne Zinsflussmethode. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Kommentiert das, wenn ihr noch Fragen habt oder auch, wenn ihr das Video toll fandet. Abonniert den Kanal, empfehlt ihn weiter und ich sage bis zum nächsten Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Viel Erfolg bei eurer Prüfung. Ciao.